Ja, komm. So, jetzt geht's hier weiter in eine Höhle. Sehr interessant. Flussgrundhöhle. Auf geht's! Dann mal los. Das sagst du so einfach. Ich fühl mich nicht so gut. Ernsthaft? Ein Kampf gegen... Banshee. Drei Stück. Neue Technik. Fiese Falle. Das hier wird mich beschützen. Oh nein, es ist ein Krokodil drin. Dann müssen wir ihn in die Ruhezone stecken. Erwischt. Komm Freddy, auf zu weinen. Mache ich eine gute Figur. Blitz! Neue Technik. Blitz! Anders als bei Pokémon macht das sogar Damage. Sprungi! Nice. Und es hat einen wichtigen Grund gehabt, warum ich erst jetzt hier bin. Und nicht vorher schon. Okay, Freddy hat aufgehört zu weinen. Das ist gut. Und zwar, weil die Gegner sonst mit nur drei Leuten zu schwer wäre. Wir hätten zwar schon nach dem Waldboss, sag ich mal, hierhin gekonnt. Aber ich wollte erst mal den Rest alles durchmachen, weil das hier ist so ziemlich das Ende dieser, dieses Anfangs. Ja. Ja, Blitz macht keinen Sinn. Deshalb Feuer! Weil sonst gab es mir nur eine Person. Ich setze lieber Feuer ein. Das macht sowieso mehr Damage, meine ich. Erste Snackpause. MP-Bonbon. Nam 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 nam. Ja, neue Technik. Kleiner Snack. Endlich kocht da mal. Nam nam nam. Wie es ist, ist einfach so den Donutfall. So nam nam. Feuer! Boah! Da bräuchte ich einen Streuer. Ich kann ein P mehr. Der ist schon leer. Ich bin schnell. Okay, let's go! Das ist nicht. Nein! Danny weint. Oh, das war schon. Na, dann ist ja geil. Sein Gesicht. Ich bin ganz geschürt. Ich heul nicht, ich schwöre. So, Freddy ist nun auch Level 4. Und erreicht heiße Hau. Gib einem Gegner mit glühend heißer Bratpfanne. Saurus. Und Bonus-Erfahrung. 24. Die kriegt Freddy. Und Bungee-Träne halten. Schön. Ich freue mich aufs Bett. Alles in Ordnung? Wollen wir zur Kiste? Oder weiter mit der Story? Zur Kiste! Gib mir die Schätze! Ich hab keine Lust. Ich werd's verkraften. Hey, du hast ja ein neues Outfit. Sieht todschick aus. Ah, vielen Dank. Das Kompliment kam gut an. Das hätte ich diese Roma, würde ich auch im Real Life tragen. Bei so einer, keine Ahnung, wenn das so ein Cosplay wäre oder so. Das ist schon eine ziemlich coole Roma. Muss schon zugeben. Steht ja, eben ein Bild von Mike. Alles, Paletti. Das hab ich längst nicht mehr gehört. Ein weiterer Kampf. Du, 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 du. Bing, bäum, bäum. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Übrigens, nach dieser Höhle hier wird übrigens die Demo zum Ende, meine ich. Also nach ist alles blind. Bäum. Nice. Und ist down. Komm, stech. Bäum. Nice. Nicht weinen. Nice. Bäum. Wieder leben die noch. Wann auf zu leben, Mann. Feuer. Nein, nicht weinen, nicht weinen. Gut. Nice. Schon über 40. Juckt ihr nicht. Eindruckt das nicht, dass sie weinen. Cool. Das war's dann wohl. Schön. Essen bekommen. Ein Gasthaus. Warum auch immer ein Gasthaus hier in der Höhle ist. Naja, was soll's. Nehmen wir mit. Du musst deinen Brief halten. Lieber Mike, ich bin es, der Bürgermeister. Mir zittert noch immer die Hände vor Angst. Echt schwer, so Briefe zu schreiben. Dein Professor Eich. Vier Ausflugstickets. Danke. Die sind echt wertvoll, die Dinger. Und die in der Nähe wächst. Loooooo. Level 3. Jetzt können sie sich auch gegenseitig wahren. Schön. Schön. Eigentlich können wir es so lassen, wie es gerade ist. Eine Profi-Uniform. Ja, komm. Woll's dir. Welcher Farbe. Sieht so dumm aus. Keine Ahnung. Nimm sie ja in Rot. Danny will einen scharfen Dolch. Immer noch. Ja, komm. Hier ist nochmal die Chance. Verkackt ist diesmal nicht. Guuuut. Sieht cool aus. Nice. Schön. Mad Damage. So, Mike, kaufe ich nochmal die Banane. Das haben wir nämlich schon ein paar verbraucht. Dann kann ich mir wieder eine Banane kaufen, ne? Schön. Ähm, machen wir mal. Essen erstmal. Obwohl, warte. Beim Ausflug kann man ja auch Essen bekommen. Warum machen wir erstmal Ausflug? Können so viele von denen machen? Hm, aha. Einmal aus Flukino und Strand. Geht ihr beiden nochmal zum Strand. Wollen wir an den Strand? Wolke, nun komm schon. Um Himmelswägel. Guck mal, eine Flasche. Da steckt ein Zettel drin. Eine Flaschenbrust? Nun, mach sie schon auf. Vielleicht ist es eine Schwarzkarte. Spannend. Äh. Hier könnt ihr ihre Werbung stillen. Ich dachte, es kommt so eine Einkaufsliste. Aber ist auch gut. Immer diese Bonbons. Ich will die nicht. Mein Gott. Keine Ahnung. Dann, äh. Wechseln wir mal. Ich würde gerne mit Freddy in den Kino. So, so macht man das nicht. So. Oder? Nee, andersrum. Nee, nicht doch. Ach, keine Ahnung. Egal. So, gehen wir mal in Kino. Mit Freddy. Der will einen Film mit uns schauen. Lass uns zum Kino gehen. Komm, renn schnell. Was für einen Film sehen wir uns eigentlich an? Einen mit Überlänge. Muss das sein? Einen langweiligen Film. Warum sind die so alt? Warum ist Freddy weiß? Endlich vorbei. Der Film war echt lang. Wir haben nur geschlafen. Ja. Huch. Das war bloß ein Traum. Nice. Loooo. Schön. Banshee. Tränen. Machen wir das mal so. Nein, warte. Ich wollte mir Danny noch ein bisschen chillen. Kann ich Danny Ausflug machen? Komm. Danny machen wir einen Angelausflug. Mit dir Leveler bereichen. Lass uns angeln gehen. Ein toll, toll, ein Ausflug. Maik, du Scherzkeks. Kein Glück bisher. Oh. Hat was angebissen? Es war ein Lachs. Ein echter Karvenzmann. Nice. Können wir den Fisch mitnehmen und essen? Hallo. Jetzt sind wir Bekannte. Und kümmern uns übereinander. Toll. Das ist doch toll. Und Schleimgelie erhalten. Gut, jetzt kann ich auch noch ändern. Jetzt würde ich sagen, wieder so. Nein, warte. Hm. Hm, 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 hm. Schwer zu sagen. Behalten wir das Ticket doch einfach erstmal. Futter ein bisschen. Und dann können wir auch noch mal schauen. Ähm. Er hat das noch nicht probiert. Alle außer du. Schleimgelie. Komm, probier's mal. Mach ganz gut. Gut. Okay. Dann, äh, die ganzen Banshee-Tränen könnt ihr alle noch mal probieren. Freddy mochte es. Michael? Markes. Nicht so, äh. Und ich meine, ich hab's doch schon bei mir ausprobiert. Aber ich kann's dir trotzdem noch mal geben. Ja, mehr hat's geschmeckt. Okay. Nice. Gut. Machen wir weiter. Ist lange hier aufgehalten. Machen wir weiter hier. Dun, 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 dun. Wollen wir uns dann endlich in die Truhe schnappen? Ich will diese Höhle noch in dieser Folge fahren. Die werde ich kriegen. Deshalb, beeilen wir uns mal. Auf geht's. Das Frühstück war heute echt lecker. Am liebsten würde ich mich verzehren. Was? 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 Hab ich's richtig gelesen? Egal. Was ist da drin? 280 Gold. Nicht schlecht, Herr Specht. Mehr gibt's hier nicht. Ich brauch was zu futtern. Oh, ne. Hier ist die richtige Kiste. Ein Rüschen-Uni. Eine Rüschen-Uniform. Oh, wie süß. Für den Freddy. Oh. Nur so Pastellfarben. So helle. Geil. Ja, komm. Nimm es dir. Gönn dir, Freddy. Süßer Kleider. Freddy. Frederik. Knuffig. So, und da haben wir ein Gashaus gefunden. Schön. Oh, was besprecht ihr denn da? Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Ich bin gleich wieder da. Äh, warte, was? Tada. Na, was meinst du? Man, eigentlich kaum wieder. Nein, du hast es jetzt nicht ernsthaft geändert. Alter, ich habe gerade voll Angst, dass ich es wirklich ändern würde. Ohne, dass ich ihm das sage. Bitte ändere dich nicht. Nein, Freddy, du behältst die Uniform. Ich kaufe jetzt keine neue mehr. Komm, let's go. Wir machen weiter. Wieso haben wir keine Bananen mehr? So, okay. Komm, auf geht's. Let's go. Leggo. Volldampf voraus. Heyho. Aber leider würde uns noch jemand begrüßen. Und das ist ein Banshee mal drei. Schön, die Falle legen. Perfekt. Wir machen wieder Blitz. Bam. Wir spüren das ein bisschen vor. Den Kampf hat mir schon mehrmals. Oh, das ist mir nicht gut. Wir sollten... Oh, nice. Ich habe Freddy gewarnt. Wir sollten Michael in die Sicherheitszone schicken, wo sie dann weinen ist. Oh. Hat mir uns zwar gewarnt, aber es hat mich gebracht. Überstürzen. Aktivaktion. Auf geht's. Oh. 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 Er hat mir Damage gemacht als sonst, aber war das wirklich wurfelt? Er hat sich dadurch wehgetan. Hm. Keine Ahnung, man. Vor Freddy angeben. Aha. Blitz. Bam. Nicht übel. Neue Technik. Heiße Haue. Boah. Bam. Schön. Erwischt. Und bam. Das war's. Tudududududududum. Bam, 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 bam. Bam. Banshee drehen, Sternchen. Schön. Können wir das langsam mal machen? Okay. Diesmal gehen wir natürlich nach rechts. Wir waren aus der Hölle raus hier. Dummdudududududin. Danny verblüfft mich immer wieder. Sag Freddy, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Aber hallo. Oh, lass ihn hören. Gib den Schlachtruf von Freddy ein. Ähm. Okay. Er lacht einfach so rum. He, 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 he. Ich meine, ich habe meine FNAF-Folge auch so genannt. He, 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 he. Ui, der ist cool. Die benutzt er auch, wenn er püssen geht. Aber darüber reden wir nicht. Etwas zu fustern wäre nicht schlecht. Noch gebe ich nicht auf. Ein weiterer Gegner möchte uns hier stürzen. Es sind ganz viele Apfel-Gilies. Danny ist am besten dabei, weil er kann alle auf einmal angreifen. Nein. Das lasse ich so nicht sitzen. Und ich merke gerade, die Streuer sind nicht nach jedem Kampf, sondern nach jeder Session. Nach jedem Weg, den man gegangen ist. Wieder aufgefüllt. So, jetzt können wir wieder Blitz einsetzen. Am besten in der Mitte. Damit alle getroffen werden. Und hoffentlich alle sterben. Oh, das trifft nicht alle, sondern nur die in der Nähe. Oh, hätte ich das gewusst. Und verträumt. Egal, wen wir treffen. Die müssten jetzt eigentlich sofort sterben. Wieso Falte? Wieso ganz viele Falte eigentlich? Also alle ein Gesichtsteil. Oh, trifft beide. Was, der stirbt davon nicht? What? Das geht's aber nicht. Ha! Mit dem Schlagstock. Alle leeren Reichen. Level 5. Schön. Schützender Schild. Konzentriere. Konzentrierte Verteidigung schützt dein Team vor Schaden durch Angriff. Nice. Mopsen gelernt. Versuche, dem Gegner Snacks zu stehlen. Klappt nicht immer. Und für Freddy auch ein Level Up. Nice. Da hat sich doch gelohnt heute. Haben wir genug HP-Banon? Ob man hier wohl Leckereien findet? Wer weiß. Wir finden auf jeden Fall mehr Monster. Hier sind wirklich viele. Oh, nein. Das finde ich wieder was. Ha! Ich hatte es natürlich Blitz ein. Ja, gegen dich. Bäm! Nicht Hübel, oder was? Heiße Haue. Will Danny beeindrucken? Bäm! Aua. Verträumt. Haha. Spielt mit den Flames Slimes rum. Danny, wir angeben. Drück geswiped alle. Obwohl nicht alle. Alle. Ein paar Leben noch. Wir müssen uns drum kümmern, Leute. Komm. Wer macht den anderen Slime weg? Freddy macht es. Schön gemacht, Freddy. Machst wirklich viel mehr Damage. Hö, 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 Hö. Schön. Aufgepasst. auf den Blick mal, da liegt doch irgendwas eine Banane schön und ein Gashaus endlich gefunden wie lang geht das hier noch? voll lange jetzt diese Höhle du hast 10 unterschiedliche Arten von Monstern in Metopia besiegt cool du hast Level 5 mit der Klasse Krieger erreicht ich weiß wie das ist, ja und Magier und Dieb und Koch schön du hast jetzt 50 Leute gerettet die Macht ist hoffst HP Streuer vergrößert du kannst jetzt statt 20 satte 25 HP verstreuen ho 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 die Dankbarkeit der Geretteten hat eine neue Kraft in dir erweckt wahrlich, du bringst die Hoffnung zurück nach Metopia und nun widme dich wieder dem besiegen schrecklicher Monster den nächsten Bonus behältst du wenn du 100 Leute gerettet hast also hau rein ho 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 machen wir wacht auf hier machen noch ein bisschen was geht denn da oben ab und mein nächster Trick ich werde jetzt Freddy imitieren was level 5 bekannte wir können uns umlauben überschüttet einen freund mit komplimenten das tut so gut bitte 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 ich müsste mich eigentlich mal mit freund nach mann feld und danny können sie aber nicht so gut dann muss man ausflug helfen macht einen ausflug die beiden wollen wir den strand tag von ausflug stimmt erwischt was macht am strand am meisten spaß tauchen gehen sandbogen bauen das ist man am strand am liebsten eiscreme jetzt habe ich lust auf eis da lasst uns eins kaufen nice endlich die nähe weg zwischen den beiden auf level 3 hat lang genug gedauert schön ein felsen schokie nehmen wir damit jetzt können wir wieder tauschen mit freddy chillen du kannst mit michel passt doch war und ich pünktchen ruhe ich finde mir und für die reicht das eigentlich doch was wir so haben können wir an den nächsten folgen zu ändern nein jetzt habe ich aussehen irgendeine farbe genommen das wollte ich nicht das ändern und dann kann ich das noch mal ändern ausrüstung das war nicht gewollt kleidung ja kann ich okay gut nimm das genau genau das passt genau genau dann gehen wir noch kurz futtern und dann gucken wir vorbei ob wir noch irgendwas weitermachen kann oder ich bin einfach hier die folge mal gucken glaube ich noch vorbei so machen können banshee tränen trinke ich mal lecker felsenschokie kann man denn die essen war aus die marke nicht denn hier und da war kein schoki da ist das wundert mich schon irgendwie du bist die warte und du ist das schleimtobel was neues probieren hier bei den leuten das haben alle gegessen also feuchtig verwende können wir noch kurz vorbeischauen wie es gerade so aussieht 70 verschiedene lieder gehört ich habe gar nicht so vor nice wir haben alles durch aber ich gehe die falsche richtung weil mein stick woanders driftet trotzdem wird mir die cutscene gezeigt die eigentlich erst gezeigt werden soll wenn ich nach rechts lang gehen naja wie auch immer wir sind durch aus der höhle und in der nächsten folge werden wir rausfinden was es hiermit auf sich hat und vielleicht oh wow man kann hier einfach in sind und vielleicht können wir auch nach oben durch papyrus und dann zum schlossgarten bis zum nächsten mal